Guten Abend bei mir in Zentral. Jetzt beginnt sie die Intensivphase des Wahlkampfes für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Es geht für alle um alles. Die SPÖ will Platz 1 verteidigen, die ÖVP Platz 1 erobern. Die FPÖ will an der Spitze dranbleiben. Grüne und NEOS wollen im Nationalrat drinbleiben. Und andere kämpfen um den Einzug. Die Schonzeit ist endgültig vorbei. Bei der Stimmenjagd scheint längst jedes Mittel recht. Unser Thema heute Inszenierung, Strategie oder Inhalt? Was zählt wirklich im Wahlkampf? Diese Frage habe ich Donnerstagabend den Besuchern und Besucherinnen des Stadttheaters Berndorf in Niederösterreich gestellt. Inszenierung, Strategie oder Inhalt? Was zählt wirklich im Wahlkampf? Was glauben Sie? Strategie. Warum? Weil ich denke, dass das bei der momentanen politischen Situation bei den Leuten am meisten zieht. Die Inszenierung, was soll die? Die Herren haben sich schon genug inszeniert, schon vorher. Die Kleinparteien geben klare Antworten. Nur, die können diese Dinge nie, nie durchsetzen. Ich glaube, im Endeffekt kommt es da nicht auf die Kampagne an, weil du weißt im Vorhinein sowieso schon, wen du wählen willst. Einfach, wer dir so schon sympathisch ist. Naja, das Aussehen ist natürlich, das spielt natürlich schon eine Rolle und wie sie sich ausdrücken, spielt natürlich auch eine Rolle, nicht? Wenn die Spitzenkandidaten immer zu sehen sind, zum Beispiel wie sie sporteln, dass sie Haustiere plötzlich haben und so weiter. Warum glauben Sie, wird das gemacht? Ja, wahrscheinlich sind mehrere Leute, die denken, ui, ich hatte ja den Katzenwölle. Oder der andere sagt, was weiß ich, der hat einen Hund, super. Ich weiß es nicht. Also mir persönlich ist es egal, ob der einen Vogel hat oder einen Kahn oder einen Fisch, ist mir eigentlich wurscht. Hat die Politik im Wahlkampf, hat die was gemein mit dem Theater? Bühne, Stück, Spiel, Inszenierung? Im Spiel schon, ja. Gespielt wird in der Politik viel, man kann wenig vertrauen. Man verspricht sehr viel und dann wird sehr wenig umgesetzt. Und was meinen meine Gäste zu dem Thema Inszenierung, Strategie oder Inhalt? Wir begrüßen Norbert Hofer, zweiter Listenplatz FPÖ. Er sagt 100 Prozent Verantwortung statt 95 Prozent Inszenierung. Pamela Rendi-Wagner, zweiter Listenplatz SPÖ, meint, die Zukunft des Landes und der Menschen wird von Inhalten bestimmt, nicht von Inszenierung oder Strategie. Josef Moser, dritter Listenplatz ÖVP, ist überzeugt, die Zukunft Österreichs kann man nur mit klaren Zielen und Werten sichern. Die Politik braucht einen neuen Stil. Irmgard Gries, zweiter Listenplatz NEOS, bekundet, meine Idealvorstellung, Wahlkampf als Wettbewerb der Ideen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und Werner Kogler, zweiter Listenplatz Die Grünen, meint, wir Grüne investieren unsere Energie in soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Zusammenhalt in Österreich anstatt in teuer inszenierte One-Man-Shows. Einen schönen Gokladen. Wir haben für unsere Sendung jeweils die Listenplatz Zweiten eingeladen und das wäre für die ÖVP Elisabeth Köstinger gewesen und aufgrund des Parteivorstandes, der seit 18 Uhr tagt, konnte sie nicht kommen oder kann sie nicht kommen. Dafür ist eben Josef Moser als Listenplatz Dritter bei uns. Das freut uns. Ein Zuschauer hat uns geschrieben und gefragt, wird die Wahl 2017 brutal oder wertschätzend? Das werden wir vielleicht in einer Stunde beantworten können. Herr Hofer, die Wahlkampfinszenierung der SPÖ, was halten Sie, also wie gut schätzen Sie sie ein? Sagen Sie mir was Positives darüber. Na gut, ich bin jetzt nicht der Berater der SPÖ und ich glaube, ich werde auch niemals Berater werden, aber... Sie sollen sie nicht beraten, aber einschätzen, Sie sind da sehr gut. ...was ich anders gemacht hätte. Also wenn ich jetzt Bundeskanzler gewesen wäre, hätte ich nicht Pizza ausgetragen, sondern ich hätte gezeigt, ich bin Kanzler, ich nehme das Ruder in die Hand, lade Wirtschaftskapitine zu mir ein, schaue, wie man Österreich wieder nach vorne bringt. Das Positive, Herr Hofer, das Positive. Da fände ich mir wirklich schwer, muss ich Ihnen sagen. Das ist eine schwierige Aufgabe, bei dem, was passiert ist in den letzten Wochen, dann auch etwas Positives zu finden. Ich will da gar nicht böse sein, aber ich sage, da ist vieles schiefgegangen. Frau Pamela Rendi-Wagner, was finden Sie an der ÖVP-Wahlkampfinszenierung gut? Also ich möchte mich da auch nicht zu sehr als Kommentatorin hier inszenieren und den Wahlkampfstil der ÖVP kommentieren. Ich denke, es ist zwar spannend und interessant manchmal für Medienbeobachter, auch Einzelpersonen über Berater, Wahlkampftechnik, Inszenierungen hier sich zu äußern, das von oben nach unten zu debattieren. Aber so wie ich es im Vorspann auch gesagt habe, ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen ein Recht darauf haben, zu wissen, was nach dem 15. Oktober in diesem Land sich weiterentwickeln soll, was verbessern, was unsere Lösungsvorschläge für dieses Land sind. Und ich glaube, da wäre ich sehr neugierig, was die ÖVP hier auf die Fragen, Herausforderungen dieser Zeit von heute und morgen zu bieten hat. Und diese Antworten würde ich gerne sehen und das würde ich gerne erlauben. Ich würde so gerne eine positive Antwort von jemandem finden, weil irgendwer von Ihnen wird dann zusammenarbeiten müssen in einer etwaigen Koalition und dann hoffen wahrscheinlich die Wähler und Wählerinnen, dass man am jeweils anderen auch was Gutes findet. Frau Gries, ein Versuch eben, um diese erste Runde doch auch in dieser Causa fertig zu machen. Was finden Sie positiv am Grünen-Wahlkampf? Die Plakate sind sehr freundlich gestaltet. Ich finde, es ist sehr positiv, wie das gemacht wird. Es wird ein positives Bild transportiert. Und die Grünen sind mir bisher nicht aufgefallen, dass sie die Gesellschaft auseinanderdividieren. Gar nicht. Die versuchen das schon positiv zu machen, das finde ich gut. Andere Parteien machen das nicht in dem Maß. Herr Kogler, was finden Sie an der Wahlkampfinszenierung der Freiheitlichen gut? Das ist eine herausfordernde Frage, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, was man tatsächlich zugutehalten könnte, dass man sich hier nicht lange versteckt und großartig so tut, als ob man mit tausenden Quereinsteigern die Welt umkrempeln könnte, sondern wie wir lesen und hören, die Burschenschaft, der das Ruder mit übernehmen. Das halte ich für relativ ehrlich und authentisch. Und das wäre zumindest ein Versuch, etwas Positives zu sagen. Herr Moser, die NEOS? Ich finde es sehr positiv, dass es in die Richtung geht, dass die NEOS auch anerkennen, dass Österreich englfit gemacht werden muss, dass es notwendig ist, Österreich wieder auf die Überholspur zu bringen, dass es notwendig ist, den Staatshaushalt zu konsolieren und gleichzeitig das Geld zu haben, um Österreich sozialer gerechter zu werden. Das ist ein Ansatzpunkt, den auch die NEOS haben. Ein Ansatzpunkt, den, glaube ich, alle Parteien haben müssen, indem sie Inhalte in den Mittelpunkt stellen, um Österreich nach vorne zu bringen. Derzeit haben wir sehr viel verspielt. Wir haben in der Vergangenheit sozusagen auf Kosten der Jugend gelebt und das muss geändert werden. Und wenn es in diese Richtung geht, haben wir einen guten Ansatz und eine gute Grundlage. Gut, man muss auch sagen, es ist auch wie eben in der Kunst, in der Kultur, es gibt gute und schlechte Inszenierungen. Und auch Inhalte müssen gut verkauft werden, damit es die Leute dann auch nachvollziehen und verstehen können. Herr Moser, der Meister der Inszenierung, Sie sind ja eigentlich ein blaues Urgestein, obwohl Sie niemand da waren. Der Meister der Inszenierung war schon auch Jörg Haider. Was für Lehren nehmen Sie eigentlich aus dieser Zeit mit in den Wahlkampf? Also Urgestein war ich nie, war auch nie Parteimitglied. Aber ein Punkt ist da, dass was wichtig ist, dass man so tatsächlich eben auf die Leute hören muss, dass man auf die Bedürfnisse der Leute eingehen muss und gleichzeitig die Leute eben zeigen, dass eine Verlässlichkeit da ist und dass man ihre Ängste und Sorgen ernst nimmt und gleichzeitig ihnen Antworten gibt, auch für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Nämlich, dass wir in Österreich eine alternde Bevölkerung haben, dass die Ressourcen knapper werden und gleichzeitig auch, dass wir in internationalem Wettbewerb stehen. Das heißt, die Politik muss mehr zu den Bürgerinnen und Bürgern gehen, die Politik muss Antworten geben und diese Antworten sind gerade jetzt gefragt, weil im Österreich in dem Fall in der Vergangenheit an Wettbewerbsvorteil verloren hat. Aber von der Inszenierung, was nehmen Sie da mit? Ich halte nichts von Inszenierung, mir geht es darum, dass die Inhalte im Mittelpunkt stehen und die Inszenierung allenfalls, die Inhalte unterstützt, aber nicht die Inszenierung eben gegen die Inhalte oder beziehungsweise losgelöst von der Inhalte eben betrieben wird. Frau Rendi-Wagner, Sie haben eben auch mitgespielt in einem House of Cards nachgestellt. Also eine Kabinettssitzung wurde nachgestellt, da war eine Schauspielerin, die anderen waren dann eben Kanzler, Kanzler, Sie und noch andere. Dürfen Sie da mitreden oder lassen Sie sich den Text da vorschreiben? Machen Sie das, was Ihnen da vorgesetzt wird? Ich glaube, es ist jetzt auch müßig, darüber zu reden, wie so ein Video gedreht wird und welche Rolle ich jetzt dort als Statistin spiele, sondern schauen wir uns an, was der Sinn und Zweck dieses Videos ist. Und genau das ist es, auf was es ankommt. Nämlich das Video, egal an welche Serie es jetzt angelehnt ist, hat der eine Aussage, nämlich Österreich geht es gut. Der Wirtschaftsaufschwung ist in Österreich angekommen. Wir haben die besten Wirtschaftszahlen seit zehn Jahren, auch was die Arbeitslosenquote betrifft. Auch die aktuellen Zahlen von dieser Woche belegen das einmal mehr. Aber die Frage ist, wo kommt das an? Kommt der Wirtschaftsaufschwung wirklich bei der Bevölkerung bei den 95 Prozent an oder bleibt er bei 5 Prozent den oberen 5 Prozent hängen? Und genau das war der Inhalt und das Video hat eines bewirkt. Es wurde darüber diskutiert. Wir haben dieses Thema als Gesprächsthema damit in die Gesellschaft gebracht, zu den Leuten gebracht und das war der Zweck des Videos. Welche Rolle, ob ich jetzt, ich bin keine Regisseurin und kann natürlich nicht Regieassistenz übernehmen. Sie haben gesagt, Sie waren Statistin. Also das heißt, Sie nehmen schon den Text, der Ihnen vorgegeben wird von den Strategen oder so und machen das dann auch so und würden nicht sagen, das sage ich auf keinen Fall. Also ich habe eine politische Rolle, ich bin Politikerin. Aber in diesem Fall war ich natürlich Teil eines ganz klaren Videokonzeptes, wo ich natürlich informiert war vorher und wo wir darüber lang geredet haben, was die Aussage und der Sinn und der Zweck dieses Videos ist. Nämlich das Thema, kommt der Aufschwung bei den Menschen an? Und wir sagen, nein, er kommt derzeit ungenügend an und es muss hier mehr dazu getan werden auf den vielfältigsten Bereichen, auf die wir heute vielleicht noch zu sprechen kommen, weil bei aller Inszenierung hoffe ich, und da bin ich ja mit Ihnen einer Meinung, dass wir uns auf die Inhalte konzentrieren sollen. Und genau das Video dreht sich ja auch um Inhalte. Es ist nur ein Zweck, diesen Inhalt zu transportieren in eine Zeit wie dem Walfall. Es ist eine sehr originelle Art, ein Thema oder eine Fragestellung hier zu transportieren. Aber darf ich dazu was sagen? Gleich. Ich weiß nicht, ob das wirklich erreicht wird. Also ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen und da ging es eigentlich darum, soll man sowas machen, House of Cards? Es ist über diesen Machart des Videos gesprochen worden. Aber niemand, der mit mir darüber gesprochen hat, hat gesagt, ja, die Einkommens- oder Vermögensverteilung in Österreich ist ungerecht. Also diese Botschaft hat man jedenfalls in den Gesprächen mit mir nicht aufgenommen. Und besteht nicht die Gefahr, wenn da so eine Inszenierung ist, das war eine sehr starke Inszenierung, eine Fernsehserie wird danach gespielt und der ganze Auftritt und all das, besteht da nicht die Gefahr, dass bei einer solchen Inszenierung der Inhalt völlig in den Hintergrund tritt und dass die Leute eben gerade nicht mehr darüber reden, ja, wie ist es mit der Verteilung in Österreich, die Groß, die Superreichen, die Großkonzerne räumen die alles ab oder geht es da nicht in erster Linie schon um die Inszenierung? Auch die Frage an Sie, Herr Hofer. Ich meine, es sehen ja fast alle eben Ihre Videos. Wie schaut das aus? Bleibt da der Inhalt über? Ich finde das wirklich interessant, es wird gesagt, die Inhalte stehen im Mittelpunkt. Jetzt haben wir die ÖVP, die noch gar kein Wahlprogramm fertig hat und behauptet, die Inhalte würden im Mittelpunkt stehen. Es wurde längst plakatiert, nämlich man muss endlich wieder besser arbeiten, Zeit wieder endlich auf Österreich zu schauen. Na bitte, was hat man denn bisher gemacht? Ich war es bisher gewohnt in meinem politischen Leben, dass vor Wahlen die Regierungsparteien uns sagen, was haben sie in den letzten Jahren gut gemacht? Und das hat man dann verkauft im Wahlkampf. Jetzt ist es so, dass die Regierungsparteien sagen, wir werden das und das gut machen, schaut, dass wir endlich in die Regierung kommen. Und das ist völlig aberwitzig. Also es gibt keine Bilanz, man gibt zu, es ist nicht gut gelaufen, aber wir werden dann alles anders machen und das ist nicht sehr glaubwürdig. Und wenn man, ich bin kein Freund von Inszenierung, weil das heißt, man verstellt sich. Natürlich muss man werben. Aber inszenieren heißt, wie vorher im Beitrag, ich habe kein Haustier, ich kaufe mir eines für die Wahl, um dann damit Werbung zu machen. Das ist Inszenierung. Aber wenn jemand, der immer schon ein Haustier gehabt hat, sich auch im Wahlkampf damit ablichten lässt, dann ist es eine ganz normale Werbung, die aus meiner Sicht in Ordnung ist. Und ich habe irgendwie den Eindruck, ich will es dem Kanzler nicht zu nahe treten, aber dieses Stammtisch-Video, da merkt man einfach, der Mann geht auf keinen Stammtisch. Es ist irgendwie, Mr. Spock besucht einen Stammtisch. Also völlig, das passt nicht zusammen. Das ist das, was ich dabei, vielleicht ist es schlecht gemacht, aber ich habe den Eindruck, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der jetzt jeden Sonntag einen Stammtisch besucht. Und das merkt man dabei. Ich kann nur sagen, der Kanzler war jetzt in den letzten Tagen und Wochen in allen neun Bundesländern in allen Wahlkreisen. Ja, das sind wir alle, das sind wir alle. Ich weiß es, aber das kann man eben nicht absprechen. Und das Wichtige ist, und das kommt bei dem Stammtisch-Video ja raus, dass wir auf die Menschen zugehen müssen, ihnen zuhören müssen. Das ist unsere Aufgabe als Politiker und Politikerinnen. Ja, das machen wir auch alle. Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Aber das soll auch Inhalt dieses Videos sein. Das macht man natürlich besonders gerne im Wahlkampf. Wo man sich auch Themen als Politiker aussetzt, die vielleicht nicht die sind, die man eins zu eins inhaltlich teilt, nämlich Meinungen in der Bevölkerung, aber auf die wir als Politikantworten trotzdem finden müssen. Und diese Positionen und Ängste, die in Stammtischen hier verkündet werden, sind welche, die wir auch als Politiker ernst nehmen müssen. Und genau dazu dient dieses Stammtisch-Video. Und ich finde, das bringt das sehr treffend rüber. Naja, ich bin ja auch nicht der Videoperater von allen. Wenn die Frage so gemeint ist, den Grünen-Zugang schildern, da gibt es Videos, die ernst gemeint sind und auch gemacht sind. Auch mit unserer Spitzenkandidatin Ulrike Lohnacek, die hier, glaube ich, schon seriös und glaubwürdig auftritt und Erfahrung und Reputation einbringt. Wir haben aber natürlich, das haben wir eine gewisse Tradition mit erfunden und begründet in Österreich, augenzwinkende, durchaus lustige, mit Pointen versehene Videos, die setzen sich aber ab. Ja, das geht bis hin zum Comic. Aber das ist sozusagen die moderne Erschließungswelt des sich Präsentierens. Das will ich jetzt bei den anderen auch nicht abqualifizieren, überhaupt nicht. Aber es ist halt immer die Frage der Tonalität. Und ob da ein bisschen Pfeffer und ein Witz drin ist. Ja, das trauen wir uns zu, das machen wir gerade wieder. Ich kann nur für mich sagen, bin ja auch als Wahlkämpfer, denke ich, eingeladen und nicht als Politikkommentator, dass bei mir die Videos am besten funktionieren, die Ausschnitte aus echten Situationen sind. Das sind in meinem Fall oft auch Fernsehauftritte, kurzgeschnitten, oder Parlamentsreden dort, wo man halt wirkt, oder Reden auf öffentlichen Plätzen oder in Diskussionen, die werden in der Regel oder nicht mehrheitlich extra produziert. Das ist auch untypisch, funktioniert auch, wenn man was zu sagen hat. Aber das ist halt überall anders. Ich bin mir auch nicht sicher, wie weit wir hier im ORF jetzt Videoforschung weiter betreiben sollen. Oder in dieser Diskussion. Oder ich habe den Titel falsch verstanden. Dann schauen wir uns die Wahlplakate an. Weil die Wahl der richtigen Worte, die kann über politischen Erfolg oder Misserfolg eben entscheiden. Noch immer denken viele, dass eben politisches Denken bewusst, rational und objektiv ist. Aber die Forschungen zeigen, dass nicht Fakten unsere Meinungen beeinflussen, sondern Frames, also Deutungsrahmen. Sprache ist Politik. Wie bewertet die Sprachforscherin Elisabeth Wehling die Frames auf den Wahlplakaten? SPÖ sagt als Slogan, nehmen Sie sich, was Ihnen zusteht. Sicherlich ist der Slogan einer, der ganz schnell auch denken lässt an eine Frage des Eigeninteresses. Wir gegen die, wir holen uns was, was uns zusteht. Und im Übrigen öffnet er natürlich die Flanke hin zu der Frage, ja was steht denn dem Einzelnen zu? Ja steht denn Person A mehr oder weniger zu als Person B? Ja steht denn vielleicht einem Manager so und so viel Gehalt zu, weil er mehr arbeitet? Es wird Zeit, hat erstmal keine politisch-moralische Aussage. Ich denke, es wird dem geschuldet sein, dass es einen Umbruch gab in der ÖVP, dass es jetzt die Türkisen sind und nicht die Schwarzen, dass wir die Liste kurz haben. Zeit für was Neues, es wird Zeit, Aufbruch. Ich denke, diese Stimmung soll dort eingefangen werden. Fairness sagt erstmal nichts. Natürlich auch hier wiederum füllt die FPÖ in ihren Kampagnen, in ihren Clips und so weiter das ideologisch aus. Aber erstmal ist es ein recht loses Wort. Da muss man gespannt sein, inwieweit sie es schaffen, diesen Fairness-Begriff aus ihrer Sicht heraus zu definieren und greifbar zu machen. Ich würde ihn als Spaten-Slogan bezeichnen. Ich gehe auf das Thema Gender. Ich mache es mir zum Vorteil, dass wir die einzige Spitzenkandidatin ins Rennen schicken. Und das ist jetzt unsere Message. Bisschen kurz gegriffen, vielleicht an dieser Stelle. Neus, weil die Perspektive der Menschen zählt. Ja, also eigentlich das Motto, wir sind ihr. Ich denke tatsächlich, hier hat man gesagt, wir müssen in dieser Kampagne klar machen, A und O unserer Gruppe ist. Wir speisen uns direkt aus der Bevölkerung. Wir sind eine Bewegung, wir sind keine etablierte Partei mit Berufspolitikern. Und das ist sicherlich auf eine clevere Art und Weise auch erreicht an der Stelle. Ich muss ja sagen, als ich die Plakate gesehen habe, ich bin ja auch erst vor einer Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt, habe ich ja bei den Plakaten von den Parteien SPÖ und FPÖ zuerst geglaubt, dass sie umgekehrt sein müssten. Weil Fairness an und für sich ein Wort ist, das man eher bei der SPÖ auf Plakaten gefunden hat. Ja, aber ich muss Ihnen schon sagen, da haben Sie wieder eine Expertin gefunden, die nämlich auch nichts sagt. Das ist wieder so typisch ORF, wieder jemanden zu finden, der da wieder irgendwo einschachtelt. Und das ist sehr gut und das sagt gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo sich diese Leute immer herfinden. Das ist völlig sinnlos, irgendjemanden zu suchen, der dann beurteilt und oberlehrhaft sagt, das ist ein gutes Plakat, das ist ein schlechtes Plakat. Also Herr Hofer, Sie wissen, Sie wissen so gut wie ich, dass die Frau Wehling eine anerkannte Expertin ist. Ja, unbedingt. Aber stimmt es nicht, dass man Fairness, Herr Hofer, stimmt es nicht, dass Fairness früher eben eher auf den SPÖ-Wahlplakaten... Die Dame hat gesagt, das Wort Fairness sagt nichts. Also wenn das eine Expertin sein soll, dann weiß ich nicht. Das ist ein Wort, das sehr viel sagt. Weil es nämlich genau das fehlt in Österreich, nämlich diese Fairness. Und dann zu sagen, ja, also das ist ein Wort, das sagt überhaupt nichts. Typisch eine Expertin, die wieder irgendwo ein Nahverhältnis hat zu einer anderen Gruppe. Nein, aber schauen Sie, das ist klar, wie das gemeint ist. Sie begrittelt ja nicht die Verwendung des Begriffs Fairness. Sie sagt ja nur, er ist beliebig zu ordnenbar. Das ist ganz deutlich herausgekommen. Ich würde mich schon ein bisschen dagegen verwahren, die Frau Wehling hier auf diese Art und Weise zu bezeichnen. Und die war gerade eben erst große Vortragende beim Forum Alpbach, auch wie es gelingen kann, speziell im deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen Raum, die Klimakatastrophe als solche zu bezeichnen und den Menschen näher zu bringen, damit wir Politiker uns mehr trauen. Das wird es nämlich wirklich. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine Expertin, die an amerikanischen Universitäten ist und auch in Europa bekannt ist. Also da würde ich einmal vorsichtig bleiben. Herr Moser, keine politisch-moralische Aussage hat Sie kritisiert, den Spruch, es ist Zeit. Was für eine Aussage ist das? Also wenn man sagt, es ist Zeit, wenn Sie sich anschauen, dass von 2010 bis 2016 die Staatsschulden um mehr als 50 Milliarden gestiegen sind. Das ist auch das Österreich, was den Wirtschaftsstandort... Aber er muss jetzt in allen Ehren, aber denken, glauben Sie wirklich, dass jemand, der mit dem Auto an der Kreuzung steht und das Plakat zieht, an die Staatsschulden denkt? Nein, es ist Zeit, etwas zu tun. Es ist Zeit, im Gesundheitssystem die nötigen Maßnahmen zu setzen und auch beispielsweise der Gesundheitsministerin die Möglichkeit zu geben, dass er tatsächlich den Gesundheitsbereich bestimmen kann, weil es derzeit zersplittert ist und die Möglichkeit, da tatsächlich eben eine Gesundheitspolitik für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, eingeschränkt ist. Und das ist Zeit für Beendung der Ehren. Es ist Zeit, es ist Zeit in dem Zusammenhang auch im Bereich der Pflege, wo es darum geht, dass derzeit immer noch klare Qualitätsstandards festgeschrieben ist, wo nach wie vor keine gesamtafte Planung da ist, dass dementsprechend etwas gemacht wird, um die Pflege zukunftsfitt zu machen. Aber warum steht dann zum Beispiel nicht darum, es ist Zeit für eine gute Pflege? Nein, es ist Zeit, wie gesagt, es ist Zeit, ersetzte mehrere. Oder kommt das noch? Es ist Zeit, den Haushalt zu konsolidieren. Es ist Zeit, mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen. Es ist Zeit, die Gesundheit tatsächlich im gleichen Ausmaß allen zur Verfügung zu stellen. Es ist Zeit, die Pflege für alle so zur Verfügung zu stellen, dass man tatsächlich in alte Bürden bürden kann. Dafür ist Zeit. Und das drückt genau das aus, die Inhalte damit vermittelt worden sind. Das ist genau die Botschaft. Ich habe einen Inhalt. Es ist Zeit, diese Inhalte umzusetzen. Das sind genau die Inhalte, die wir vielleicht noch haben. Aber Herr Moser, eine Partei, und der Herr Kurz tritt ja doch auch für eine Partei an, die gibt es ja noch, nicht? Also eine Partei, die seit wie lange in der Regierung ist? 30 Jahre. 30 Jahre. Und die jetzt kommt und sagt, es ist Zeit, was zu tun. Wir haben jetzt 30 Jahre Zeit gehabt, aber die Zeit hat nicht gereicht, offenbar, oder ich weiß es nicht. Warum soll das jetzt anders sein, als es bisher war? Frau Dr. Ries. Da muss sich der, der an der Kreuzung steht, schon denken. Frau Dr. Ries. Yesterday is history. Das ist Geschichte. Es geht darum, und ich bin erst zwölf Jahre als Rechnungsrufpräsident, das wissen Sie auch, dafür gestanden, dass Österreich verändert wird. Dass Österreich dort hingebracht wird, dass es enkelfitt ist. Das betrifft nicht Sie persönlich, Herr Moser. Das ist genau die Politik, wie gesagt, die gemacht werden muss. Und du bist eben Sebastian Kurz in dem Fall, den Sie auch kennen, jemand, der in dem Fall gezeigt hat, dass ihm es ein Anliegen ist, die Zukunft zu gestalten, als einer, der aufgrund seines Alters derjenige ist, der weiß, mit der Politik, die heute gemacht wird, wird er und seine Generation in den nächsten Jahrzehnten leben. Und einer auch, der gezeigt hat, so kann ich sagen, als Rechnungsrufpräsident, wenn ich ihn geprüft habe, dass er alles getan hat, um tatsächlich sparsamer, wirksamer, auch in seinem Ressort agieren zu können. Und auch einer, der die ÖVP aufgebrochen hat, weil es sind jetzt in dem Fall 100 Köpfe neu hineingekommen auf den Listen, die bis dato nicht kandidiert haben und auch nicht Parteimitglieder sind. Und das ist genau der Punkt, dass sich das zur Bewegung entwickelt hat und 100.000 Unterstützer in dem Bereich genau in diese Richtung geht. Aber interessant wird es nach der Wahl. Absolut. Weil die 109 werden nicht die Bünde ersetzen und nicht die Länder ersetzen. Denn das, woran es bisher nicht geklappt hat, das waren die Länder, das waren die Bünde, das hat nichts weitergegangen. Ich muss ja auch eines sagen, ganz kurz möchte ich sagen, das habe ich bis jetzt gesagt, ich sage es trotzdem. Mich stört das irrsinnig und wir kennen uns seit langem und schön, dass du da bist, aber dass die ÖVP sich nicht traut, die Listen zweiter herzuschicken. Das ist fortmachlich, ja. Das mit der Vorstandssitzung, das kannst du vergessen. Das ist schon erklärt worden. Aber dann bei der Diskussion Kernstrache, 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 ganz kurz. Ja, aber nur das, wenn Sie sagen, es läuft seit 18 Uhr der Parteiforschung. Wir sind auch im Wahlkampf, ja, ich habe auch, ich habe Vorstermine, glauben Sie mir das, ja, auch wichtige Termine. Aber genau aus der Diskussion auch beim ORF, ja, Kernstrache, kurz, wer kommt nicht kurz? Er sagt, er hat eine Sitzung, das ist aber erst am nächsten Tag. Also, dass man da irgendwie Angst hat, sich der Diskussion zu stellen. Natürlich ist es unangenehm, wenn ich plakatiere, es ist Zeit und bin seit 30 Jahren in der Regierung. Da habe ich einiges zu erklären, natürlich. Also, man muss sich der Diskussion stellen. Absolut. Es sind sechs Wochen noch da, wo eingehend diskutiert wird. Und ich glaube, es ist der Letzte, der, wie gesagt, gezeigt hat, auch in der Vergangenheit, der sich versteckt und nicht in der Lage ist, beispielsweise auch seine Meinung zu sagen. Das betrifft in dem Fall in Migrationspolitik, das betrifft auch alle anderen Aspekte, die gebracht worden sind. Das heißt, jetzt geht es jetzt darum, das ist genau der Punkt, wir diskutieren herum, wer kommt, wer kommt nicht und wer hat was gesagt, nicht gesagt. Es geht um Inhalte. Das heißt, wenn man sagt, wie gesagt, was zählt im Wahlkampf? Im Wahlkampf zählen Inhalte und genau, was Frau Dr. Ries angesprochen hat. Es geht darum, dass man endlich den Bürgern sagen, was getan werden muss, in die Richtung man gehen muss und nicht, dass man sich an der Oberfläche bewegt und die Inhalte sozusagen zu kurz kommen lässt. Bevor jetzt noch bei anderen dran kommt, erinnere ich mich, dass die Frau Steiner-Hemmerle, die Politikwissenschaftlerin, in einem Interview mit dem Hohen Haus gesagt und daran erinnert hat, dass der Herr Stronnach, wie er angefangen hat, also wie er gesagt hat, dass er Antritt fast 30 Prozent an Zustimmung hatte und je mehr Inhalte er gesagt hat, je konkreter er wurde, umso mehr ist die Zustimmung auch geschwunden. Also das ist schon auch ein Phänomen offenbar, ist die Frage, muss man immer konkret sein, um auch Erfolg zu haben? Ja, und zwar, wenn die Menschen ein Anrecht darauf haben, erstens mal, wo man steht, dass man den Ist-Zustand beschreibt und gleichzeitig sagt, welche Herausforderungen erwarten uns und dementsprechend die weiteren Maßnahmen setzt. Und die Menschen haben ein Anrecht darauf. Bitte, Frau Rendi-Wagner. Nein, ich finde es ja ganz positiv, was man jetzt hier hört und ich glaube auch dem Herrn Moser, dass das jetzt sein wirklicher Wunsch und Wille ist, dass wir hier über Inhalte diskutieren. Aber die ÖVP ist die in der Runde, die diese Inhalte jetzt in den letzten Wochen und Tagen wirklich am meisten schuldig geblieben ist, was Lösungen betrifft auf Herausforderungen und Fragen der Zeit und vor allem Zukunftsfragen. Und genau das wäre ja spannend und ich finde es nicht interessant, das ein, zwei Wochen vorm Wahltermin zu bekommen, wie wir ja öfters von Sebastian Kurz hören, das in der letzten Septemberwoche hier dieses Wahlprogramm präsentiert. Dann frage ich mich, warum wir uns nicht die Zeit nehmen mit den Menschen, diese Wochen noch zu nützen, intensiv zu unseren Lösungen, zu unseren Ideen in den Diskurs zu treten, weil das haben sich die Menschen ja verdient. Weil es soll ja am 15. Oktober um Inhalte abgestimmt werden und Inhalte gewählt werden und nicht Inszenierungen und nicht Köpfe. Genau darum geht es. Und darauf warten wir. Genau darum geht es, das freut mich. Also ich freue mich, dass diese Inhalte kommen, aber ich bitte nicht in den letzten ein, zwei Wochen, weil das haben die Menschen wirklich nicht verdient, dass sie dann in zwei Wochen sich einen Crashkurs an ÖVP-Programm reinziehen müssen. Da haben Sie hundertprozentig recht, vielleicht ganz kurz dazu. Nein, nein, der Herr Kogler hat sich schon angesprochen worden. Ich hätte es schon ausgehalten, nur eines muss man glaube ich schon einmal zurecht drücken, falls die Pointe nicht ohnehin offensichtlich ist. Da wird die ganze Republik seit Monaten anagitiert. Es gibt eine angeblich neue Bewegung. In Wahrheit ist es klassisch immer noch eine Partei. Man bleibt allein schon deshalb eine Partei, zuzüglich zu den vielen Millionenspenden, die man so kassiert, die öffentliche Parteiförderung zu kassieren. Dann wird die Kandidatin, die hier eingeladen ist, als Zweite, so wie wir alle, ich habe auch einen Termin gesagt, würde ich dem Kollegen Hofer zustimmen, aber nur an dieser Stelle denke ich, aber dann kommt sie nicht mit der Begründung, sie sind zwar keine Partei, aber die hat jetzt fünf Stunden Parteivorstandssitzung. Also das ist schon eine reife Pointe, das sollte man sich nicht ganz entgehen lassen. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir über ihn heute auch reden wollen, und glaube ich, sich dem länger hinzugeben, eher ist die Frage, wo künftig die Blockaden sind. Weil auch bei der ÖVP wird man sehen. Der Kollege Moser, den ich auch schätze, nickt, aber genau das ist ja das Thema mit diesen vielen Quereinsteigern auch. Wir haben ja die reformresistenteste Blockadeelite immer in der ÖVP gefunden. Noch nie war es anders und es wird ja jetzt nicht anders sein. Die haben alle den türkisen Pyjama übergestüllt bekommen und stellen sich jetzt schlafend. Aber diese schwarzen Schläferzellen werden aufwachen, spätestens am 16. Oktober. Wir kennen das. Genau das, wofür wir gemeinsam seit 10, 14 Jahren kämpfen, wird alles von der ÖVP blockiert. Und dann reden wir von mir aus darüber und dann sind wir dem Titel der Sendung, glaube ich, schon näher. Also der Punkt ist der, wie sagt das genau, wir brauchen Inhalte und die sind am Tisch. Das heißt, es wurden auch schon bekundet. Aber haben Sie jetzt der Vorwurf durch diesen Schlafanzug? Nein, ich komme gleich dazu. Aber wir sind nicht bei Inhalten. Und das habe ich gesagt, was die Frau Dr. Rendi-Wagner gesagt hat, was die Inhalte betrifft. Das ist einmal da, habe ich gesagt, dass man auf jeden Fall die Abgabenquote auf 40 Prozent senken muss, ist wichtig. Das heißt, wir sind derzeit international 3 Prozent über den EU-Schnitt. Zweiter Punkt, wir sind bei den Ausgaben 4 Prozent über den EU-Schnitt. Das heißt, dass da immer Maßnahmen gesetzt werden müssen, ist der erste Punkt. Aber es gibt noch kein Wahlkonto der ÖVP. Wir kommen gleich dazu. Darf ich doch den Satz fertig führen? Nein, 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 nein. Sagen Sie nicht, was gefordert wird, weil das haben wir jetzt in den Vergangenen. Wir brauchen die Lösung. Aber sagen Sie dann einfach drei Punkte, bei wem dann gekürzt werden soll. Bei gekürzt werden soll es ja darum gehen, dass in Zukunft, was die Ausgaben betrifft, nicht mehr in dem Ausmaß fortgefahren wird. Dass also ohne Effizienz, ohne tatsächliche Wirksamkeit, Gelder verausgabt werden nach dem Gießkern im Prinzip. Gleichzeitig Doppelgleisigkeiten eben da sind, gleichzeitig Ineffizienzen. Aber sagen Sie wirklich so, dass... Ein Beispiel. Gesundheitsbereich. Sagen Sie ein Beispiel. Gesundheitsbereich, dass wir Kompetenzprobleme haben, beziehungsweise zersplitterte Kompetenz haben. Wie schaut das aus? Wir haben einen internationalen sehr hohen Input. Das heißt, wir geben sehr viel für die Gesundheit aus. Wenn Sie sich die Output-Faktoren anschauen, das heißt, wie wirkt das? Dann haben wir das Problem, dass die Lebenserwartung in Österreich unter dem Schnitt ist und gleichzeitig gesund altern. Wenn Sie dann jetzt gerne über die Gesundheit diskutieren. Dass man in dem Fall fünf Jahre unter dem Unternehmen angeht, dass sie wurscht nicht sind. Ich habe es versucht, weil die Leute zu Hause wissen jetzt noch immer nicht, wem. Also wenn Sie wirklich sagen, wo Sie zum Beispiel Förderungen kürzen wollen. Das kann ich sagen. Es geht darum, dass man das Geld effizienter einsetzt, weil wir überall in dem Bereich zu viel ausgeben, dass Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht ankommt, weil das System hängen bleibt. Im Bildungsbereich in dem Fall geben wir beispielsweise für einen dieser Punkt doppelt so viel aus als beispielsweise die Tschechien. Ja, aber für Milliarden kann man nicht nur über Effizienzen heben. Das ist auch eine Frage. Also dann kommt das nicht, aber jetzt trotzdem, Herr Moser, da stecken natürlich auch Kürzungen. Herr Moser, da müssen Sie uns schon erklären, wo Sie kürzen wollen. Ich weiß, dass Sie diese Zahlen alle im Kopf haben, dass Sie diese Zahlen alle im Kopf haben. Sie sind ein Quereinsteiger, wir haben das jetzt vorher gehört. Ich möchte trotzdem auch bei unserem Thema heute Abend bleiben, weil was wir schon sehen, ist, dass Quereinsteiger und vielleicht auch die Frage dann gleich an Sie, Frau Gries, dass eben gern genommen werden im Wahlkampf, eine bestimmte Rolle haben und dann nach der Wahl fehlt Ihnen eben eine Seilschaft, ein System und man kann das gar nicht alles umsetzen. Also glauben Sie, dass das... Frau Dr. Reiter, Quereinsteiger, wie ich so kann, kann man sich ohne weiter das bezeichnen. Das heißt, ich war in dem Fall zwölf Jahre Rechnungshofpräsident. Ich kenne Politik in- und auswendig. Ich weiß, wie die Politik funktioniert. Ich weiß auch, was die Frau Dr. Riesauer, der Dr. Kogel angesprochen hat. Die Blockierer sitzen nicht nur in den Ländern, wie ich sage, die Blockierer sitzen in allen Parteien. Und es geht darum, dass wir endlich einmal... Also das weiß ich wirklich nicht, nein, das weiß ich zurück, die sitzen vor allem in der ÖVP. In allen Parteien, in allen Parteien sitzen sie. Es gibt welche, die Reformer sind, es sind welche, die sich bewegen wollen und welche, die stehen und ihre Prüge... Trauen Sie sich zu sagen, wer die Blockierer sind, namentlich? Also es geht nicht um namentlich, es geht darum, in dem Zusammenhang, dass jeder schaut, dass er sich berechnet hat. Also es sind doch Personen oder letztlich sind Personen, die das blockieren. Es sind, wie ich sage, in dem Fall Akteure, die sowohl in den Ländern sitzen, als auch im Bund sitzen, wo es darum geht, dass die Kompetenzen zersplittert sind. Und beispielsweise auch, wenn wir einen Forschungsbereich anschauen, dass man auf 215 Stellen die Forschung aufgeteilt hat und gleichzeitig, wie ich sage, dazu noch weitere Akteure hat, die Forschungsmittel verteilen. Jeder will etwas hergeben, jeder in dem Bereich ist nicht bereit, dazu das Geld zu geben, dass es bei dem ankommt, bei dem es ankommen sollte. Herr Dr. Moser, wo hat die FPÖ im Parlament eine Reform blockiert? Bitte ein Beispiel. Es geht da, es geht, wie ich sage, ich kenne sehr viele Akteure, ich kenne sehr viele Akteure, auch in der FPÖ, wie in allen anderen Bereichen auch, die sehr wohl in einen Bereich gehen, wo sie das, was zu erhalten ist, erhalten und nicht bereit sind, das in eine Richtung zu bringen, dass sie etwas hergeben. Ein Beispiel, nur eines. Da brauchen wir keine Beispiele bringen, weil ich nie derjenige bin, der immer falsch wird, sondern Systembeschreibung. Frau Griss, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass Sie als Quereinsteigerin nachher dann wirklich diese nötige Seilschaft haben, um hier nicht nur, um Wählerstimmen zu maximieren, benutzt worden zu sein? Nein, Sie sprechen ein ganz richtiges Problem an. Man geht nicht blauäugig da hinein, das ist mir völlig klar, dass das nicht einfach ist für jemanden, der von außen kommt. Da kann man nur offen zu überzeugen und das halt zu vertreten, für das man steht. Und da glaube ich schon, also das bilde ich mir ein, dass ich schon eine gewisse Überzeugungskraft habe, aber ich weiß, dass ich nichts abzutauschen habe. Nicht zum Unterschied von Regierungsmitgliedern, die oft sagen können, oder der kommt von dem Punkt oder von dem Punkt oder was immer und der hat dann etwas als Gegengabe. Weil der eine Zuschauer eben in Berndorf, der gesagt hat, die Kleinparteien geben konkrete Antworten, aber sie werden nie dazu in der Lage sein oder eher selten das umzusetzen. Er kann etwas dazu beitragen, damit das anders wird, wenn sie größer werden. Und ich glaube schon, dass eine Partei, das ist natürlich eine Kleinpartei anders gefordert als eine große Partei, das ist klar. Aber eine Partei, die ein klares Programm hat, die Prioritäten setzt, die sagt, das wollen wir machen und dafür treten wir ein. Weil all die Probleme, die Sie jetzt angesprochen haben, mit der Effizienz und wo das Geld versickert und so, das hat ja ein tieferliegendes Problem. Und das ist bei uns die Kompetenz zersplitternd. Aber auch die Aussage stimmt nicht ganz. Also zwischen Bund und Ländern, schauen Sie im Schulwesen, haben Sie es nicht einmal anzuschauen? Die klare Aussage, zum Beispiel sind die NEOS klar für TTIP und CETA. Sie persönlich, weiß ich noch aus dem Wahlkampf, sind eher skeptisch. Also so klar sind die Aussagen dann auch nicht immer, weil es einfach auch verschiedene Meinungen gibt. Aber das ist, natürlich gibt es verschiedene Meinungen, aber die Frage ist doch, ob die Richtung stimmt. Es ist für TTIP oder dagegen. Die großen Probleme muss ich anpacken und ein großes Problem bei uns ist die Kompetenz. Aber sind Sie jetzt für TTIP oder dagegen? Schauen Sie sich die sogenannte Bildungsreform an, zum Beispiel, wo die Länder wieder in diese Bildungsdirektionen durch den Landeshauptmann hineinkommen. Oder das Gesundheitswesen, warum ist denn das so schwierig mit den Krankenanstalten, weil wir diese versplitternd haben. Aber sind Sie jetzt für TTIP? Jeder kann sich das wünschen. Die ersten Schritte haben wir jetzt gemacht. Ja, aber wenn ich erreichen kann, dass dann, wenn der ins Spital geht, der andere zahlt. Na gut, das wäre ja auch schon. Ich habe eine Frage, sind Sie jetzt für TTIP und CETA oder dagegen? Wo für TTIP? Für TTIP? Ja. Also ich bin für Freihandel, weil ich glaube, dass der Freihandel uns sehr viel gebracht hat, der ganzen Welt viel gebracht hat. Gerade auch den Ländern der untersten Milliarde, also eine Milliarde von Menschen, die von weniger als 1,90 Euro pro Tag lebt. Da ist Freihandel notwendig. Da ist Freihandel notwendig. Ich glaube aber auch, dass der Freihandel natürlich nicht grenzenlos gelten kann. Und das ist ja auch in diesen Abkommen, da ist auch schon vorgesorgt. Als Juristin kann ich Ihnen gleich sagen, zu CETA, dass ich die Lösung mit dem institutionalisierten Gericht gut finde. Die ganze internationale Wirtschaft würde ohne Schiedsgerichte nicht funktionieren. Und daher muss man all diese Fragen mit Augenmaß anschauen und muss man das überlegen. Und man kann nicht von vornherein sagen, das ist schlecht. Doch, das kann man. Ich sage Ihnen, TTIP und CETA sind schlecht. Aber die SPÖ hat abfragen lassen, die Mitglieder, die waren dagegen. Die SPÖ war dann doch dafür. Die ÖVP ist auch für TTIP und CETA. Also wissen wir, wo sie stehen. Vielen Dank. Aber wenn wir über TTIP heute reden, ist es überhaupt kein Thema, das am Tisch ist. Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema, die ich dann am Tisch habe. Der Herr Trump, wir denen da nicht beim Wahlkampf geht. Da geht es auch um die Wahlkampffinanzierung. Und wir haben uns angeschaut, wie die Wahlkampffinanzierung 2013 ausgesehen hat. Für die fünf Parteien, die hier jetzt vertreten sind. Weil die meisten Ausgaben, die höchsten Ausgaben hatte ja das Team Stronach. Und am zweitmeisten sieht man jetzt hier eben die ÖVP. Normalerweise eine 7-Millionen-Grenze mit 11,3. Die SPÖ 7,3. Die ÖVP hat auch 300.000 Euro Busse gezahlt. Und die SPÖ 15.000 Euro. Die anderen haben sich eben daran gehalten. Und jetzt ist ja so, dass Ihr Vorgänger, Herr Moser, der Franz Fiedler und jetzt eben Ehrenpräsident von Transparency International, der kritisiert, dass man sozusagen über die Hintertür zusätzliche Gelder lukriert und meint, wenn Personen oder Personenvereinigungen in einem Wahlkampf Wahlkampfkosten bestreiten, dann soll das in die Obergrenze von diesen 7 Millionen eingerechnet werden. Also der Punkt ist der, dass ich als Rechnungshofpräsident schon jahrelang darauf hingewiesen habe, dass das Transparenzpaket, was auch die Grundlage hat der Wahlkampf-Obergrenzen, dass das zu wenig transparent ist. Es wurden Schritte gesetzt in die richtige Richtung. Die Probleme bestehen, was die Wahlkampfkosten so unklar definiert sind und so viele Räume offen lassen, dass sozusagen diese Wahlkampfkosten, die ja ausgewiesen sind, nicht jene Transparenz bieten, die sie bieten können. Aber sind Sie eben, um zu meiner Frage zurückzukommen, nein, zuerst zu meiner Frage, Herr Moser, wenn, sind Sie dafür eben wieder, Herr Fiedler, dass das gesamte Geld, auch wenn es von Personenkomitees kommt, in diese 7 Millionen Grenze eingerechnet wird? Natürlich, wir haben die Probleme derzeit, dass bei Wahlkampfkosten beispielsweise ein Spendenverbot ist, auch von öffentlichen Unternehmungen, die mehr als 25 Prozent im Staatseigentum sind. Wenn ich eine Personenkommitee mache oder einen Verein mache und genau das Gleiche wieder mache, dann fehlt das nicht in das Spendenverbot des Parteienfinanzierungsgesetzes, also nicht in das Transparenzgebot und wird auch nicht ausgewiesen bei dem Wahlkampfkosten-Obergrenze. Das heißt, es ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung gesetzt worden, aber leider wurden sehr viele Fragen offen gelassen und es wurde auch offen gelassen, dass nach wie vor ein Missbrauch möglich ist. Darauf hat der Rechnungshof in einigen Jahren oder in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, Dr. Kogler weiß das auch. Dass das bei Mühlen da wäre, überhaupt mehr Transparenz in die Parteienfinanzierung zu bringen, gleichzeitig auch aus den Rechenschaftsberichten. Bei Ihnen und mir, aber nicht bei ÖVP und SPÖ. Sie müssen schon langsam wissen, wir haben mehrere Anläufe zur Reform des Parteiengesetzes unternommen, sind gescheitert an ÖVP und leider auch an SPÖ. Sie wissen das ganz genau. Finde ich interessant, aber Herr Kogler, wenn Sie sagen, nicht an Ihnen, aber an der ÖVP. Aber jetzt, er hat ja seine Rechnungshofpräsidentenrolle reklamiert, aber wir stimmen nicht weiter, dass er für die ÖVP kandidiert. Finde ich ja vor allem einen Aspekt wichtig, nämlich das Thema der Großspenden. Und das muss man hier in diesem Zusammenhang auch ansprechen. Was heißt Großspende? Und ich meine, da fühle ich mich eigentlich auch, habe ich ein Unbehagen auch als Privatperson oder als Bürgerin dieses Landes, wenn ich dann höre, dass es einzelne Großspender gibt an Mitbewerber wie an die ÖVP, die in der Größenordnung von 400.000 Euro hier Spenden geben, also einzelne Personen, weil dann frage ich mich, wozu tun die denn das? Die tun das ja nicht, weil sie Sebastian Kurz persönlich so lieben oder weil sie hier die Farbe Türkis so toll finden, sondern sie tun das, weil sie sich was erwarten. Sie kaufen sich quasi die Gunst der Partei für die künftige Politik. Das in ihrem Sinne Politik gemacht wird. Und genau das finde ich ein großes, großes Problem. Und genau deswegen haben wir als SPÖ vor wenigen Wochen, nämlich der Bundeskanzler, gesagt, so nicht 20.000 Euro Obergrenze für Spenden an die SPÖ, um genau diese Großspenden und diese Abhängigkeiten von Großindustriellen, darf ich ausreden, die politische Parteien hier rutschen könnten, zu verhindern. Und ich denke, politische Parteien haben eine ganz klare Aufgabe, nämlich, im Dienste der Bevölkerung Politik zu machen und nicht verpflichtet zu sein, Großspendern von 400.000 Euro. Und wir machen das transparent und wir haben keine Großspenden, über 20.000 Euro. Und wir werden unter sieben Millionen bleiben. Sie sitzen da in einem Boot mit Gusenbauer, mit Metall-Silberstein, mit Leuten, die mit Aber wir reden hier von Großspenden und Steuer- und Wahlkampffinanzierung. Die Frau des Kanzlers in einem Komitee mit Haselsteiner, der Sohn des Kanzlers arbeitet für Haselsteiner. Es ist eine derartige Verflechtung. Ja, aber können wir seriös das Thema Finanzierung diskutieren? Das sage ich jetzt auch ganz seriös. Hier gibt es klare Abhängigkeiten. Aber wo? Da gibt es ganz klare Abhängigkeiten. Der Verein von Haselsteiner hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Der geht gegen Schwarz-Blau. Sie haben mit Haselsteiner nichts zu tun? Wir haben mit Haselsteiner nichts zu tun. Der ist eher auf der Seite der Neos-Bereimerte. Das wissen Sie ganz genau. In einem Paralleluniversum. Sie sind engstens verflochten in diesem System. Und noch ganz kurz. Sie werben auf der Dating-Plattform Tinder. Da schreiben Sie, Sie wollen bitte nur kleine Spenden bis maximal 20.000 Euro. Also nur kleine Beträge. Ja, aber das sind für Sie die kleinen Beträge. Herr Hofer, Entschuldigung, wir reden hier von Großspendern im Großbereich über 400.000 Euro. Am besten wäre es, wenn es überhaupt keine Spenden geben würde an Parteien. Das wäre der beste Weg. Die Parteienförderung ist groß genug. Es müsste ein Verbot geben, dass Parteien überhaupt Spenden annehmen dürfen, um nicht in Abhängigkeiten zu geraten. Ich lege um, das ist aber nicht so geil, das ist ein interessanter Punkt. Werden Sie auch, machen wir es erst so umgekehrt, wären Sie auch dafür, dass keine Spenden ergeben werden? Ja, ich habe die Ehre sicher nicht. Ich habe die Ehre. Ich bin für die Offenlegung. Also ich hätte meine Wahlkanzler nicht machen können ohne Spenden, weil ich Spenden finanziert. Und alle Spenden wurden offen gelegt, bis zu 5 Euro oder einem Euro. Ich finde Transparenz ist ganz entscheidend. Ja, das ist entscheidend. Darüber kann man gar nicht diskutieren, das muss so sein, ja. Ja, die Offenlegung ist mit Sicherheit das Wichtigste. Auch unter 3,5? Ja, da ist in Österreich, auch wie es jetzt ist, viel gelungen. Das war vor ein paar Jahren dramatisch übel. Da wurde in Österreich gesetzlich geschützt, wofür man in Deutschland strafrechtlich verfolgt wurde. Das muss man sich mal vorstellen, bei bestimmten Industrie-Spenden, wie dem auch sei. Ich hatte eben die Ehre, mit dem damaligen Staatssekretär Minister Ostermeyer das federführend zu verhandeln. Es ist einiges gelungen, vieles nicht. Wir haben uns ausgetauscht, jahrelang darauf hingewiesen, aber ich muss nochmal sagen, also jetzt muss sich halt dann irgendwer eingreifen, dass wir wissen, ob jetzt die ÖVP da sitzt oder nur der Dr. Moser. Aber es hat die ÖVP maßgeblich blockiert bis jetzt. Und unser neuer Vorschlag ist, oder um das zu präzisieren, noch bis 20. September, es gibt ja noch ein paar Nationalratssitzungen, zumindest diese, da braucht man sich nicht fürchten, wenn das beschlossen wird. Spenden-Obergrenzen ähnlich wie hier allerdings bei 10.000, weil von Industriellen sollten überhaupt keine Spenden mehr kommen und das kann nur zur Abhängigkeit führen. Es ist in den USA nachgewiesen, dass der Einfluss der Ölwirtschaft auf die Politik über die Spenden geht. Mittlerweile auch, das kann man empirisch nachweisen sozusagen, auch die Pharmafirmen. Aber das würde bedeuten, was Sie sagen, das andere größer hat noch. Das finde ich schon witzig für österreichische Verhältnisse, da kommt der Herr Bierer verdoppelt die Spenden, kommt fast auf eine halbe Million, also was ist denn das für ein Casino? Dann sage ich noch dazu, und dann lesen Sie sich einmal durch, was der Herr Bierer für Ansichten hat, wenn es darum geht, Wirtschaft und Umwelt eines der zentralen Zukunftsthemen überhaupt unter den Hut zu bringen, dann geht ihnen auch der Hut hoch. Und diese Leute nehmen Einfluss, also lieber unter den Hut bringen Wirtschaft und Umwelt, dann soll einer der Hut hoch. Und diese Leute haben hier ein Spendenverbot zu haben. Wenn Sie ein Verbot für Großspender nehmen, die Einfluss aus Ihrer Sicht? Also erster Punkt, der da ist, wie gesagt, als Rechnungshofpräsident habe ich in mehreren Tätigkeitsberichten darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, mehr Transparenz im Bereich der Parteienfinanzierung zu schaffen. Wobei sagen wir es, dass nicht nur in einer Partei, sondern bei mehreren Parteien, dass der Wille, das weiter zu ändern, enden wollend ist. Das ist der erste Punkt. Sind Sie für ein Verbot der Großspenden? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, weil das auch gebracht worden ist, man darf das nicht verkürzen, man muss immer die Zahlen und Fakten auf den Tisch legen. Entscheidend ist, dass also die Spenden, die also die Liste kurz erhalten hat, 90 Prozent der Spenden bis auch von Kleinspendern kommen, von der Großmutter angefangen bis zum Studenten. Da gibt es eben den Großspender, der dementsprechend eben auch erwähnt worden ist. Und dabei ist es entscheidend, dass volle Transparenz besteht, was auch die Frau Dr. Ries angesprochen hat. Es ist genau umgekehrt, auch zu 90 Prozent von der Großmutter. Dass volle Transparenz besteht für das, welche Spenden vereinnahmt wird, dass jeder weiß, wer hat welche Spende gegeben. Das war bei Herrn Bundespräsidenten von der Bellen so, das war bei der Dr. Ries so, das war jetzt im Rahmen des Wahlkampfes so. Aber es ist sicherlich richtig, um jeden Verdacht auszuschließen, dass man generell Spenden stoppt. Einen Widerspruch würde ich jetzt gerne aufklären, weil Sie haben gesagt, 90 Prozent kommen von Kleinspendern. Der Herr Kogler sagt, es ist genau umgekehrt. Also wie ist es jetzt? Wir haben das für die erste Million, dankenswerterweise ist es ja Transparenz durchgerechnet. Und bei der ersten Million stellt sich heraus, dass über 70 Prozent der Spenden von 18 Großspendern kommen. Dafür sind neun Firmen, das gehört ja überhaupt abgeschafft, finde ich, Firmen. Und neun sind Großspenderinnen und Großspender mit einem nahen Verhältnis zu Firmen, entweder Geschäftsführer oder Eigentümer. Das muss man einfach einmal wissen. Es dreht sich um. Drei Viertel mindestens sind von den Großen und das hat sich jetzt verschlechtert, nur habe ich die Zahl aktuell nicht. Aber die erste Million haben wir uns genau angeschaut und das wird sich nicht verändert haben. Sollten Großspenden verboten werden? Die Frage sind die Antworten. Es soll überhaupt diskutiert werden, wie es mit der Parteienfinanzierung ausschaut. Es sollte in dem Fall auch spenden, wenn man es nimmt, geschlossen werden, also verboten werden. Und entscheidend ist, dass tatsächlich gerade in dem Bereich volle Transparenz geschaffen wird. Und dass das, was ich zehn Jahre als Rechnungshofpräsident eingefordert habe, gerade im Bereich der Parteienfinanzierung, des Unvereinbarkeitsgesetzes und dergleichen, dass endlich da die Vorschläge des Rechnungshofes aufgenommen werden und umgesetzt werden. Das ist der Punkt. Sie werden gegen eine Pira-Spende. Sie würden gegen Pira auftreten, gegen eine Pira-Spende. Es geht ja generell. Es geht ja auch um die Personenkomitees. Ich glaube, da sind Sie auch gefordert in dem Bereich. Es gibt ein Personenkomitee, wo es auch in Richtung geht, wo das Parteiengesetz dadurch umgangen werden kann. Wir haben kein Geld, keine Spenden an das Gesamt. In dem öffentlichen Unternehmungen, eben keine Spende geben dürfen, beispielsweise an Parteien, sehr wohl an Personenkomitees. Und da ist es wichtig, wenn jemand sich in einem Bereich betätigt, politisch betätigt, dass da auch das Parteiengesetz in der derzeitige Form zumindest auch für diese Personenkomitees oder Freie gilt. Aber Herr Dr. Moser, ein Spendenverbot würde dazu führen, dass eine neue Kraft keine Chance hat. Und dann würden Sie das zementieren. Die schon im Nationalrat sind, die Parteienförderung bekommen. Großspenden, ja. Großspenden, ja. Aber Sie haben gesagt, eine Spenden. Wir werden auch von Haselsteiner finanziert vor allem. Haselsteiner, das ist ja alles offen gelegt. Ich finde die eine der Parteien mehr. Das stimmt. Nicht, wenn man hier jetzt so hat Haselsteiner hat Geld gegeben. Aber man kann sich keine Partei kaufen natürlich als Millionär. Das ist natürlich ein Weg, den man gehen kann. Und das ist nicht gut in Österreich. Ich weiß es nicht. Das hängt ja davon ab, wie man das benutzt und ob dann wirklich Einfluss ausgeübt wird. Also ich kann nur sagen, meine Kenntnis der Neos ist, Haselsteiner mischt sich da überhaupt nicht ein. Ja, aber man kann das nicht kontrollieren. Also die Kontrolle darüber, wie stark ein Einfluss eines Spenders ist oder nicht. Das ist die Frage der Verantwortung der Leute, die da auftreten. Und den kann ich ja beurteilen, die Persönlichkeit, die für die Partei auftreten. Traue ich denen das zu, dass sie was Eigenes vertreten? Welche Inhalte haben sie? Oder sprechen sie als Sprechpuppe des Herrn Haselsteiner in dem konkreten Fall? Also da sehe ich kein Problem. Aber eine Obergrenze wäre sicher sanierend für den Konflikt. Eine Obergrenze wäre interessant. Sie haben jetzt gesagt, es geht um die Persönlichkeit. Also ob man jemandem vertraut oder nicht. Und ich würde schon gerne, weil ich finde das interessanter, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, von Karl-Marcus Gauss, vom Schriftsteller in der Süddeutschen, der unter dem Titel Österreichs merkwürdiger Wahlkampf geschrieben hat. Unter anderem Politiker, die keine Politiker sein wollen. Parteien, die sich als Bewegungen ausgeben, Kandidaten, die vor allem als Seiteneinsteiger ausgewählt wurden. Und fühlen Sie sich nicht als ÖVP, Herr Moser? Ich fühle mich auch den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Das war ich schon als Regierungshofpräsident in den zwölf Jahren. Und die BNES habe ich in die Politik gegangen und habe mich sozusagen das Angebot, auf eine Bürgerliste zu gehen, angenommen. Weil eben es zweckmäßig und notwendig ist, Österreich enkelfit zu machen. Es ist keine Reformen, die da sind, die umzusetzen, keine Bürgerbewegung, wie der Dr. Hofer das gesagt hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ungefähr 100.000 Unterstützer jetzt in den drei Monaten seit Sebastian Kurz, der Bundespartei Amonis, über 100.000 Unterstützer da sind. Dass also hunderte oder tausende, wie gesagt, Freiwillige da sind, die diesen Bereich unterstützen. Man sieht ja auch, dass sehr wohl die Partei aufgebrochen im Blick kriegt, dass so wie jemand wie ich, der kein Parteimitglied hat, auch dementsprechend kandidieren kann. Das zeigt also, dass die Offenheit da ist und die Bereitschaft da ist, eine Partei zu öffnen und gleichzeitig neuen Wind in das Parlament kommen zu lassen. Das machen ja andere Parteien auch und das finde ich richtig, so wie die Frau Dr. Grieß das auch hat. Dass eben neue, die noch nicht in der Politik, in der Parteipolitik sich festgemacht haben, dass neue hineinkommen, frisch im Wind hineinbringen, neue Ansichten hineinbringen und eben nicht mediatisiert irgendwelche Interessen vertreten, sondern Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und wenn Sie sich die Listen anschauen, wäre es fatal, die Leute, die sich bereit erklärt haben, jetzt der Politik zu widmen, dass man die abtut, das sind Quereinsteiger, die kommen nur herein, wie gesagt, da haben wir keine Chance, die sind dann einmal eingestiegen, gleich wieder ausgestiegen. Das sind Leute, die es ernst nehmen und die Österreich verändern wollen, mit den Bürgerinnen und Bürgern verändern wollen und da soll eine neue Lianz getroffen werden, nämlich über alle Parteien hinweg, dass endlich einmal eine Bewegung stattfindet, dass Österreich endlich einmal enkelfit gemacht wird, was in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen ist. Aber wissen Sie, was das Positive an der Frau Dr. Grieß ist, zum Unterschied von dieser VB-Inszenierung? Die Frau Dr. Grieß ist sicher eine renommierte Quereinsteigerin, die damals schon viel mitgebracht hat, Respekt. Aber es würde weder der Herr Strolz noch die Frau Dr. Grieß auf die Idee kommen, so zu tun, obwohl die eigentlich schon bewegungsähnlich begonnen hatten, dass sie jetzt so tun, als ob sie keine Partei wären, sondern nur meine sogenannte Bewegung. Diese Ehrlichkeit muss man den Neos anerkennen und bei der ÖVP hat man das Gefühl, das ist die Österreich-Partei seit die Babenberger in Wahrheit und gefühlt jedenfalls. Und denen gelingt es tatsächlich, insofern ist die Sendung ja durchaus wieder richtig mit der Inszenierungsfrage, denen gelingt es über weite Strecken, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, vorläufig einmal in der Demokratie, für viele Leute so zu tun, als ob sie auf einmal ganz was anderes wären. In Wahrheit ist ja die Metamorphose noch viel dramatischer als dieses Pyjama-Bild von vorher. Und das ist aber gleichzeitig gefährlich und das können die anderen einfach nicht durchgehen lassen. Da können Sie jetzt fünfmal erklären, was Sie wollen. Die ÖVP ist die ÖVP. Und das ist, solange sie sich nicht wirklich ändert in ihren Strukturen, in den Ländern und in den Bünden, nichts Gutes. Und das wird auch der Herr Kurz noch so eine Weitersweg bringen. Und das wird alles nur überdünscht. Und die Leute sollen diesem, im wahrsten Sinn des Wortes, dieser grünen Dünche auf den Leim geben, die klebrig genug ist. Ja, das hat einen Scham. Der Kiesel. Der Kiesel. Der Kiesel. Der Kiesel. Der Kiesel. Der Kiesel. Bei uns wollen sie auch am Leim gehen. Aber zum Einschrieg, es gibt glaube ich einen schönen Ausspruch von Andreas Kohl, der sagt, auch wenn man nicht Marmelade draufsteht, ist doch Marmelade drinnen, aber unabhängig davon. Ich verstehe das gar nicht, dieses Zurückweisen zu sagen, ich bin eine Partei, die Demokratie braucht Parteien. Was sind denn Parteien? Parteien sind Organisationen von Bürgern, die Bürger herrschen ja in der Demokratie, die müssen sich zusammenfinden. Parteien bündeln Interessen und Parteien sollten untereinander einen Ausgleich dieser Interessen in der Orientierung am Gemeinwohl finden. Und das ist der entscheidende Punkt. Orientierung am Gemeinwohl. Und das war das Problem? Ich möchte Ihnen jetzt einen, ich möchte Ihnen einspielen von Elisabeth Wehling, unserer renommierten Sprachforscherin. Oh, ich habe schon wieder. Die haben wir gefragt, die haben wir gefragt eben, was das eben überhaupt ist mit der Bewegung. Hören wir uns das mal an. Tatsächlich ist es ja so, dass man, indem man sagt Bewegung, tut man ja letztlich nichts anderes, als eine grunddemokratische Idee auszudrücken. Nämlich Politik ist nichts anderes, als dass bestimmte Menschen aus unserer Gesellschaft, also von uns, sich politisch für uns in die Bresche werfen mit unseren Themen. Das heißt, an und für sich könnten auch alle Parteien Bewegung heißen, wenn wir richtig urdemokratisch da rangehen wollen, von der Wortbedeutung her. Ja, ich denke, der Trend könnte sich wieder verlaufen. Im Moment ist es sehr gehypt. Es ist ein Modewort. Ja, das hätte mir doch ein Experte nicht gewusst. Aber wie gesagt, Sie haben sich nicht bewegt, das Problem, was die Frau Dr. Gries angesprochen hat, dass man genau das, dass die Strukturen sich fertig verfestigt haben und dass man dabei auch die Bürgerinnen und Bürger vergessen hat. Das heißt, man hat Strukturen aufgebaut, wo die Strukturen in dem Fall, wo auch die Bürgerinnen und Bürger den Strukturen gedient haben. Hat sich die ÖVP genug bewegt? Das hat sich schon bewegt, indem man es aufgebrochen hat, was früher undenkbar gewesen wäre. Das wissen Sie auch, Frau Dr. Gries. Undenkbar gewesen wäre, dass jemand ohne Parteibuch in dem Fall auf eine Bundesliste kommt, auf eine Landesliste kommt. Dass Leute, die sich bewährt haben, dass sie die Chance haben, auch Politik zu machen. Und wenn 100 Köpfe in dem Fall hineinkommen, die bis dato weder auf einer Liste gestanden sind, noch der Kleiner zeigt das, dass ein neuer Wind hineinkommt und dass man bereit ist, aus der Vergangenheit zu lernen, offener zu werden und auf die Bürgerinnen und Bürgerinteressen zuzugehen. Wenn man den Faktor Person hernimmt, hat man das Gefühl, auch wenn man in andere Länder sieht, dass die Person, Personality, wichtiger wird, als eben Inhalte. Bis Inhalte hat. Bis Inhalte hat, ja. Ja, aber das ist glaube ich jetzt genau wieder drauf. Aber das hängt damit zusammen, dass wir in einer Mediengesellschaft leben und dass natürlich eine Person das dann symbolisiert. Und ich brauche ja Menschen, die ein Programm umsetzen. Also insoweit ist es ja richtig, dass die Persönlichkeit auch eine Rolle spielt. Absolut. Aber darf ich das noch zur Partei sagen? Ich glaube, die große Herausforderung, ob jetzt Bewegung oder Partei ist völlig wurscht, die große Herausforderung ist ja, ob man über einen Zeitraum hindurch diesen Schwung behalten kann und sich vor dieser Verfilzung bewahren kann und vor der Ämterpatronage. Was führt denn in den Parteien dazu, dass sie so verkrusten und verfilzen, dass sie Posten verschaffen? Genau so ist das. Und weil sie Posten verschaffen, haben sie Anhänger. Das sagt, das ist die Richtige. Sie wissen, wer die Posten vergibt für Höchstrichter in Österreich. Weiß ich nicht, aber das ist ganz generell. Herr Hofer, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, dass eine Partei ihre Existenzberechtigung daraus auch ableitet für die Mitglieder. Höchstlich, Herr Posten, werden vergeben von den Regierungsparteien. Da waren sie auch dabei. Ja, aber wenn die FPÖ in der Regierung, wir würden sie es genauso machen, haben sie schon erlebt. Wir haben es schon in den 80er Jahren erlebt, Herr Hofer. Das war für mich ein Erweckungserlebnis, muss ich sagen. Als die FPÖ damals in die Regierung gegangen ist, habe ich gedacht, jetzt wir sagen das. Jetzt bekämpfen wir uns die Korruption. Jetzt machen wir uns das nicht mehr so. Was war das Gleiche? Was war in den 80ern da genau mit der Korruption? Ja, und was war da mit der Korruption? Ja, die haben genauso nicht korrupt, die Posten besetzt. Ach, Posten? Genau so ihre Leute hineingebracht. Also bleiben Sie ein bisschen zu rösen. Ich habe gesagt, dass die FPÖ, als sie in die Regierung gekommen ist, in den 80er Jahren genauso gehandelt hat, wie die anderen, weil sie eine bestimmte Position und niedere Proteste besetzt hat. Das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt und sonst habe ich nichts gesagt. Jetzt sind wir genau wieder im Punkt, was soll den Wahlkampf ausmachen, nämlich genau nicht das. Was den Wahlkampf ausmachen soll, soll es ja genau das sein, dass man über die Inhalte reden, wohin fahren wir. Und dass man in der Mitte ist, eine halbe Stunde, da kann man eine Bewegung ist und was der Unterschied zu einer Partei ist. Es ist eigentlich total egal, ob das eine Partei ist oder eine Bewegung, egal ob Konfitüre oder Marmelade, sondern es kommt auf den Inhalt an. Und genau darüber unterhalten wir uns jetzt eine halbe Stunde nicht und genau der Inhalt wäre der Wegweiser für die Menschen da draußen, wie sie am 15. Oktober ihr Kreuz machen. Wir sind doch Regierungsparteien seit vielen, vielen Jahren. Nein, ich rede ja jetzt von, nein, nein, das ist ja jetzt nicht der Punkt, das geht ja jetzt um den Wahlkampf. Wir haben 200 Seiten Inhalte seit Jänner auf den Tisch gelegt. Nehmen wir die Inhalte an. Mit Lösungsvorschlägen, konkreten und Finanzierungsvorschlägen. Pläne machen es doch nicht aus. Die eine, also es sind ja das ganze Österreichs, die Leute gewesen in, 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 in. Und wir haben sehr viel umgesetzt. Die Menschen, die ich am Anfang befragt habe, wie sie in der Geschichte gesehen haben, hat ja die Frau am Schluss gesagt, wovor sie Angst hat, ist, dass es so viele Wahlversprechen gibt, die dann nachher gebrochen werden. Also dann kommen wir zu diesen sogenannten Inhalten. Man hat ja das Gefühl bei diesen, dass einem ununterbrochene gebratenen Tauben in den Mund fliegen, wenn man sich das jeden Tag anhört und liest, was es alles gibt, eben vom Gratisführerschein bis ich weiß nicht was. Und es ist natürlich auch relativ leicht, würde ich sagen, nicht alles einhalten zu müssen, weil man ja dann koalieren muss und immer dem anderen dann die Schuld geben kann, dass man das ja nicht durchsetzen kann. Also das ist natürlich genau das Problem und sicher auch einer der Gründe, die die Vertrauenskrise bei den Wählerinnen und Wählern auslöst. Stimmt, stimmt. Also was für Versprechen werden, ohne Wenn und Aber, wenn sie in der Regierung sind, sagen Sie mir drei Versprechen, die sie auf jeden Fall einlösen. Inhaltlich. Ich kann Ihnen keine 100% Garantie geben, weil es immer Partner gibt. Es wird keine Alleinerregierung. Dazu brauchen wir eine absolute Mehrheit. Also wenn die Österreicher uns eine absolute Mehrheit geben. Das ist ja genau das, was die Menschen frustrieren. Ich kann nur sagen, wofür wir kämpfen und was wir auf jeden Fall in eine Koalitionsverhandlung mit potenziellen Koalitionspartnern in den Regierungsverhandlungen hier als Plan einbringen werden. Das, was wir teilweise jetzt schon verhandelt haben, die Pensionserhöhungen, das haben wir schon eingelöst. Die Pflegeregressabschaffung haben wir schon eingelöst. Ja, aber Frau Rendi-Warner. Das ist schon ungesetzte. Aber das Nächste ist die Finanzierung. Wir haben ein klares Gegenfinanzierung. Wir haben das schon vor zwei Monaten diskutiert in dieser Stelle, Sie erinnern sich, wir haben ein klares Gegenfinanzierungsmodell. Ja, aber das ist nicht beschlossen worden. Aber wir haben es. Aber das liegt immer daran, dass es Partner gibt in der Regierung. Und das sagt Ihnen schon. Erklären Sie 40.000 Menschen, die ihr ganzes Erspartes ein Leben lang, weil sie pflegebedürftig wird, mit einem Schlag verlieren. An denen erklären Sie, dass wir uns nicht einigen können, wenn man auf eine Finanzierung übereinkommt. Ist das eine verantwortungsvolle Politik, wenn ich das Budget belaste, wenn ich jetzt eine Maßnahme setze, obwohl ich es nicht gegenfinanzieren kann, ist das verantwortungsvolle Politik? Wir haben 2,2 Prozent. Auch aus den besten Absichten, da könnte jeder, die da wenig haben, könnte noch ein paar hundert Euro dazugeben. Sie haben vollkommen recht. Das Problem, beispielsweise. Wir haben es gemeinsam beschlossen. Das Problem auch beim Arbeitsprogramm war, dass man 40 Maßnahmen, das Problem des Arbeitsprogramms, was im Jänner beschlossen worden ist, war, dass man 40 Maßnahmen beschließen wollte bis Juni und die Finanzierung machen wollte im Herbst. Das heißt, man macht einen Vertrag, man kauft das Auto, man schließt den Kaufvertrag ab und sagt, so, jetzt haben wir das Auto, den Kaufvertrag haben unterschrieben und die Gäste wird man finanzieren. Drei Punkte, die auf jeden Fall passieren müssen. Kann ich noch meine Punkte? Ich darf Ihnen sagen, erstens einmal, Schuldenbremse in die Verfassung, zweitens, dass der Generationenvertrag aufrechterhalten wird, gleichzeitig in dem Fall, Schuldenbremse aber gleichzeitig mit Sanktionen, dass der Generationenvertrag aufrechterhalten wird, dass die Strukturen so umgebaut werden, dass die Strukturen den Menschen ihnen und nicht, dass der Bürger, so wie es derzeit gefragt worden sind. Das ist eine andere Abteilung. Ja, Frau Rende-Wagner, Sie wollten noch zwei... Also wir haben eine ganz klare, genau, unser großes Thema ist, dass der Aufschwung gut ist, der Aufschwung ist in Österreich da, aber wir müssen alles daran setzen, dass er bei den Menschen ankommt und nicht bei 5 Prozent, der oberen 5 Prozent in dieser Gesellschaft hängen bleibt. Und dazu braucht es noch viele Maßnahmen, das ist, dass wir den Mindestlohn auf jeden Fall, den wir jetzt schrittweise umsetzen werden durch die Kollektivverträge, auch steuerfrei machen, für alle die ersten 1.500 Euro steuerfrei, damit das auch bei den Menschen schließlich ankommt. Wir müssen eine bessere Entlohnung im Bereich der Teilzeit machen, davon sind viele, viele Frauen betroffen. Wir haben unfaire Überstundenbezahlung, was die Teilzeit betrifft, das ist ein riesiges Frauenthema. Wir müssen das Thema des Ausbaus der Kinderbetreuung in diesem Land riesig vorantreiben. Wir haben ein riesiges Loch, vor allem im ländlichen Bereich, was die ganztägige Kinderbetreuung betrifft. Und wir müssen die Pensionen in diesem Land weiter absichern, das ist auch etwas. Und die ersten Schritte wurden mit der Pensionserhöhung, worauf man sich jetzt geeinigt hat, mit den Zweifelsfall. Das ist keine Absicherung. Das ist keine Absicherung. Das ist keine Absicherung. Entschuldigung, das sichert hier 1,8 Millionen Leuten auf jeden Fall eine Pension zum Überleben. Eine finanzielle Absicherung. Ich möchte gerne auf der inhaltlichen Ebene sagen können, was Sie den Menschen versprechen würden, sollten Sie in eine Regierung kommen. Ich halte es nur fest, das war kein Versprechen. Sie haben gesagt, wir werden uns bemühen. War kein Versprechen. Niemand kann in dieser Runde 100% hier etwas versprechen. Doch, ich kann. Weil wir alle von Koalitionspartnern abhängig sind. Ich kann. Wir werden kämpfen dafür. Wir werden nicht regieren, wenn nicht klar ist, dass in einer Koalition mit der FPÖ es einen Ausbau gibt unseres demokratischen Systems in Richtung direkte Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz. Weil damit können wir sicherstellen, dass die Menschen auch ein bisschen von der Politik befreit werden. Dass man auch selbst entscheiden kann. Alle diese Punkte, die Sie vorher angesprochen haben. Und wir gehen in keine Regierung, wenn wir das nicht umsetzen können. Und das verspreche ich. Bitte, Herr Kugler. Wollt ihr Feuer? Das ist ein weites Feld. Also ich bin auch dafür, dass man die Bürgerbeteiligung stärken muss. Da muss man aber drüber nachdenken, wie man das am besten macht. Denn die Schweiz hat eine jahrhundertelange direktdemokratische Tradition. Und natürlich setzt Beteiligung, Übernehmen von Verantwortung voraus. Aber es geht um Ihr Versprechen. Das war meines. Also da muss man viel tun. Aber da bin ich ganz bei Ihnen. Da muss was geschehen, um die Bürger zu beteiligen. Ihr Versprechen, Frau Gries. Mein Versprechen. Also Pension zum Beispiel. Neos, stehen Sie vor einem Pensionskorridor über zehn Jahre oder wie. Und die Leute entscheiden können, wann sie in Pension gehen. Und eine Automatik auch, dass das Pensionsalter angepasst wird. Wenn die Leute ja älter werden, wir werden alle älter, haben das Glück älter zu werden. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder auch Bildung ist ein großes Thema. Dass man dann noch mehr tut, um die Wertschätzung für die Lehrer zu erhöhen. Wenn man sieht, was hier geleistet wird in unserem Bildungssystem. Wir brauchen da die besten Leute. Und bei der Struktur. Und bei den Strukturen. Versprechen Sie, dass die Menschen länger arbeiten. Natürlich, wir werden alle älter. Also, wir werden länger arbeiten müssen. Bitte. Vielleicht ist es umgekehrt. Einerseits leichter, aber auch ehrlicher zu beantworten, was Sie insinuieren. Ich kann mich erinnern, ich bin genau vor vier Jahren in einem anderen Studio allerdings im Zentrum mit der Frau damaligen Finanzministerin Fekter gesessen, die genau so von der 40-prozentigen Abgabenquote geredet hat. Also Senkung um, je nach Rechnung jetzt, plus minus 15 Milliarden. Lassen wir es einmal so. Der Herr Dr. Schüssel im Jahr 2002 das Gleiche. Was ist rausgekommen am Schluss? Rausgekommen ist, dass gekürzt worden ist bei den kleinsten Pensionen. Bei Steuern ist dann gar nicht so viel gegangen. Und ich kann mich noch gut an diese Regierungsverhandlungen erinnern. Da bin ich gerade eingestiegen mit dem Herrn Dr. Schüssel. Es ist genau darum gegangen, mit dem gleichen Versprechen bei den Kleinen zu kürzen und anzufangen. Aber meine Frage zielte nicht, Herr Kucke, in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Ja, genau, da bin ich jetzt. Weil man nicht etwas versprechen kann, was so schnell nicht geht. Wir versprechen, so wie damals, bei Fekter, vor vier Jahren, die gleiche Konfrontation, genau keine Steuersenkung. Wir grünen, weil wir zwar Effizienzgewinne wollen, wir müssen noch die einen oder anderen 100 Millionen heben, das geht kurzfristig. Längerfristig mehr. Aber wir brauchen ja das Geld. Hier wird ja gerade diskutiert, wie wir die Pflege finanzieren. Das muss man mit ein paar hundert Millionen, nicht mit 100 unterlegen. Das ist völlig klar. Und dazu werden wir das brauchen. Deshalb machen wir dieses Versprechen nicht. Und deshalb ist es leichter zu halten. Aber wir werden dafür kämpfen und eintreten, dass die Dinge effizient gehandelt werden. Also sehr wohl Einsparungen mit Herz und Hirn. Aber das Geld dazu zu verwenden, um nicht dann noch weiter zu kürzen oder den Schlachtruf auszurufen, sondern dort reinzugehen, was notwendig ist. Das betrifft im Übrigen auch die Klimaschutzmaßnahmen. Österreich ist Klimaschutz schlusslich in Europa. Das ist eine Schande. Und letztlich betrifft es ein Versprechen, das nicht so viel kostet. Nämlich, danke für das Kompliment, stärker für Zusammenhalt und gegen die Spaltung der Gesellschaft aufzutreten. Und ich glaube, der Bundespräsident hat es ja bewiesen, der ist ja jetzt da, Sie werden mir helfen, auch schon ein paar Monate im Amt. So geht das. Dafür stehen wir Grüne. Und das ist, glaube ich, auch zu halten. Ich danke auf jeden Fall für die Großteil sehr wertschätzende Diskussion. Das muss ich sagen. Dazwischen darf man ja ruhig einmal ordentlich diskutieren. Nach der Sendung sehen Sie den Doc-Film Weiße Wut-Psychogramm eines Amokläufers. Der Weg eines schulischen Außenseiters zum potenziellen Amokläufer. Ich bedanke mich eben bei den Zuschauern und bei meinen Gästen für die Diskussion. Reden Sie darüber. Guten Abend. Vielen Dank.